Everybody go party and dance, hot chick, cool drinks, make us some riches. Jetzt komm schon mal mit meinem YouTube-Video, ne? Ja, Mann. Kehrt an den Moment, wenn man das Leben einfach genießt, Mann. Amen Alkohol, Amen Alkohol! Ja, mit wem genießt ihr? Wir, mit Chino Wild, an das So Motherfuckin' Goddamn Jew. Amen Alkohol! Das ist Subi und das ist Chino Wild. Wir zusammen heute auch den Disco-Kontakt essen. Hier neben mir die zwei Arzeln, kennst du die? Die zwei Jungs. Hier Karlscha Candela, das neue Album ist grad am Start. Bei dir läuft, läuft, läuft! Bei dir läuft! Yeah! Chino Wild! Hoch, hoch, jetzt geht es los! Los! Chino Wild ist der Wahnsinn! Yeah! Chino Wild, Hans, Entertainment am Startmann. Wir wecken jetzt die Tamilu. Weil bei uns läuft Chino Wild! Hier, Rio! Den Ding ab! Ich bin bei der Summer Jam! Everybody go party and dance! Hot chicks, cool drinks, make a Summer Jam! We gonna party as much as we can! Ja, man! Rio, Freunde! Geiler Dürb! Viel Spaß, auf Deine Dürb! Was? Hey, was? Hey, was? Hey, was? Hey, Chino! Danke schön! So, jetzt komm schon mal mit meinem YouTube Video, he? Ja, Mann! Gehör dir den Moment, wenn man das Leben einfach genießt, Mann! Amen, Alkohol! Amen, Alkohol! Ja, mit wem genießt denn? Wir haben mit Chino Wild eine Soul Motherfuckin' Garte im Schuh! Amen, Alkohol! Yo! Hier ist Ubi und das ist Chino Wild. Wir probieren zusammen heute auch den Disco-Kontakt essen. Es ist Dienstagabend. Und wir haben auch eine Mude-Chino, oder? Ja, Mann! Wir haben einen geiler Dürb hier! Hört mal die Sonne an! Bro, 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 Bro! Freunde, hier stehen die Atzen! Nee, bist du YouTuber? Ja, Mann! Nee! YouTuber? Nee, das musst du sagen, jetzt! Dringend! Ich dachte, du wolltest ein Interview machen, hast du gerade gesagt! Nee, Freunde hier neben mir, die zwei Atzen, kennen die? Die zwei Jungs, die waren schon live bei uns? Ja, ich bin. Chino Wild, wie die Chino. Die Chino ist meine Schwester hier, bitteschön. Okay. Ja, sowieso. Und hier, Kajjo Candela, das neue Album ist gerade am Start. So sieht's aus. Vier? Vier Songs sind richtig geil. Scheiße, aber Heavy sind nicht richtig geil. Nicht vier. Fünfzehn, dicker. Scheiße, aber Heavy. Es gibt nichts Geileres. Chino Wild, dicker, bei dir läuft, läuft, läuft. Bei dir läuft. Yeah. Chino Wild. Chino Wild. Du läuft bei dir. Aha. Nicht schlecht, dicker. Freunde hier, Kajjo Candela und er macht ein Licht an für die. Das ist besser als Solario. Für alle, die bei dir läuft. Freunde, die Krüge hoch, 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 jetzt geht es los, los, los. Freunde, was? 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 Der Chino Wild ist der Wahnsinn. Und ich bin froh, dass wir heute zusammenkommen, denn mit Chino kann man richtig saufen. Auf euch und die Krüge hoch. Warmener. 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 Chino Tia, du läuft bei uns. Freunde, Austria hier im Hause. Yes. Kennt ihr ihn? Wenn ihr ihn kennt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr ihn kennt, schreibt es in die Kommentare. Yo Freunde. Also, wir machen jetzt hier einen kleinen Spaß. Chino Wild, Hans, Entertainment. Dann startet man. Wir sind zufälligerweise... Oh, mein Akku ist leer. Aber läuft noch. Jetzt müssen wir uns beeilen. So, wir wecken jetzt die Tamilu. Ja, man. Weil bei uns läuft. Welche Nummer haben wir? 329 bist du. Ah, 329. Ich muss schon mal gleich Licht anmachen. Kann da reinstecken beim Licht. Leg die Geräte hin. Hoch die Hände, Wochenende. Eskalation. Eskalation, Mann, was geht ab, Tami. Geh du dich raus. Tami. 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 So true, Mann. Tami. 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 Was ist los, Alter? Der Moment, Winn. Der Moment alter wäre einfach weil Tami weg, wir weckt, Alter. Oh Die scheiße, so true, Mann. Tami. Das geht, Alter. Richtig, Alter. Verратen. Vielen Dank.